hallo hierbei Kübler mit rechts hat willkommen auf unserem großen kanal und wieder zurück zu 530 simulator ja diesmal nicht live sondern mal als reguläres let's play weil absolut nichts rauskommt fordert natürlich noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dass hier alles nicht machbar zu realisieren wäre vielen dank freunde für eure enormen so was spielen wir denn heute wir können ja spielen die haben wir schon freigeschaltet bei fnaf 1 ist alles freigeschaltet diesen bei fnaf 2 sind alle freigeschaltet fnaf 3 haben wir den springtime boni schon gespielt den könnte man uns noch kaufen als nächstes die haben wir schon alle freigeschaltet beim pizza simulator ich würde sagen wir starten mal ganz klassisch doch mal mit dem lefty weil der ist auch immer cool und der macht mir auch immer spaß der lefty lefty man on the lefty man der ist so creepy don't let him leave yes baby wir lassen ihn nicht gehen oder teddy wir müssen ja wir müssen ja ruhig sein wir müssen ja ruhig sein er darf uns ja nicht kriegen er hat schon 17 prozent seiner aufgabe gemacht er hat schon 17 prozent seiner aufgabe gemacht er hat schon die Wir haben natürlich gewonnen, ich war klar, The Rossi is the best man, yeah. Ich möchte mir ja unbedingt hier den Wizard kaufen. Der fehlt mir jetzt noch hier, dieser Nightmare, Nightmare Fredbear, der fehlt mir ja noch, ne. Der fehlt mir noch als nächstes. The Nightmare. Dann würde ich sagen, wir spielen mal ganz klassisch hier, The Mangle, The Mangle is auch mal cool. Leider haben wir wieder keine extra Coins bekommen, aber wir brauchen ja jetzt, wir müssen ja ein paar Coins sammeln, damit wir uns dann leisten können. So zu stark. Ich liebe ihn Blah 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 Alarmer, Alarmer! Hallo Balloonboy, mein Freund! Oh! Ich kann... Moment! No coins for the Rusty! Kamera ist an! The Cam is active! Not active! Wir brauchen ja noch extra Coins! Coins, give me coins! Oh, coins! I got you, baby! Wir haben Coins! Keine Coins! I will catch you! Lass mich rein! Wieso komm ich da nicht rein? Oh, come on! Er lässt mich nicht rein! Warum nicht? Warum komm ich nicht rein? Ich komm nicht hier rein! Du dumme Stücke! Die Kamera ist aktiv! Hehehehe, Mangel! We got him! Nur 5? Really? Wir brauchen aber noch ein paar Coins! Ich brauch mehr Coins! More Coins for me, please! Ich spiel Toy Chica! More Coins for the Rusty! I must buy my other... Chicky bang bang do! Damit ich mir den... ...den letzten Knight... ...den Knightmare Freddy kaufen kann! Hm? Oh, Coins! Chica Baby! Gib mir Coins! Ich möchte nur Coins! Ah, der ist Coins! No more Coins! Wir brauchen auf jeden Fall immer mehr Coins! Coins, 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 Coins! Kameras aktiv! Mit wem konnte ich auch ohne hier... ...ohne... ...probleme durch alles durchgehen? Auch wenn der Cam aktiver... Oh, sooo... ...many Coins... ...for the Rusty man! Noch mehr Coins! Waiting? Oh, gib mir Coins! Coins sind halt das... ...was der Rusty braucht! Das ist einfach! Das ist einfach! Waiting? Waiting! Cam ist inaktiviert! Das ist einfach! Really? What? Fool! Damn! Unholy! Wieso hat es jetzt funktioniert? Du Doofbirne! Ich schmeiß den Cupcake hier! Versteht ihr? Ich schmeiß den Cupcake hier! Ich schmeiß den Cupcake an die... ...bömmel! Dem Horst hier! Gibt es aber nicht hier! Wir haben jetzt schon halb 3! So... ......ein Horst! Let me in, let me in, let me in. I will go in. Oh, schau. No cupcake? Oh, schau. Ich muss nicht verschmeißen, den Cupcake an die Bärne her. An die Böbel. Das sag ich euch. Press Button. Ja, was für ein Button, also. Ich bin so silly. Leute, ich bin so silly. Das könnte man mir nicht vorstellen. Wir haben 4 Uhr. 4 A.M. Ah, Chica, du dummste. Ich muss mich aber schon ein bisschen beeilen. Das sag ich dir aber. Also, jetzt hätte es geklappt. Also, das hat dann rastig aus, Leute. Das hat dann... Ichi-Bang-Bang. Zumindest ist mal der Cupcake aufgeladen. Ich schmeiß mir das Ding voll an die... Voll an die Öme, ich sag's euch. Ichi-Bang-Bang-Bang-Bang-Bang-Bang. Not gut. 5 Uhr. Der Chica ist einfach zu langsam. Ist zu slow. Er trödelt gern und läuft nicht, wie ich's will. Den Chica schmeiß ich hier in die Verbannung. Up and away, was Chica-Bang. Mit dem Chica funktioniert das einfach nicht. So wie ich das will. Mit jedem anderen krieg ich Sinn. Mit diesen aus FNAF 2 oder was weiß ich. Ichi-Bang. Ichi-Bang. Voll an die Öme. Ichi-Bang. Dammt! You lost. You lose. Fokzy the Pirate is the best. Der kann ja, egal ob es jetzt rot oder grün ist, drauf gekoffert, der kann ja trotzdem durch die Türen gehen. Oder durch diese Durchgänge, egal was die Kamera sagt. Und vor allem ist er schnell. Dahinten ist ein Coin. Er ist schnell und er kann hier sich frei bewegen. Jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall. Ohne Probleme. No Coins, No Coins. Ich finde es halt immer noch cool. Foksi finde ich cool. Gerade weil er hier eben auch überall durchgehen kann. Die Cam ist aktiv. Jetzt müssen wir kurz warten. Was? What the hell was I mit Skobacht? Really? You lost me? Nooo! Main Menü. Hello? Main Menü. Ich komm nicht mehr zurück ins Menü. Really? Why? I don't come back to the menu. Ja Freunde, anscheinend mag das Spiel mich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt 8 Coins verloren. Na herzlichen Glückwunsch, Rosti, du Horst. Das war ein weiterer Part vom Five Nights at Freddy's Simulator. Ich liebe dieses Spiel. Weil man kann sich auch so herrlich darüber aufregen und gerade jetzt weil ich nicht mehr zurück ins Menü komme. Warum auch immer. Keine Ahnung. Selbst mit F2 klappt es nicht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Osteen-Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und weil ihr noch kein Abo habt. Einfach nur aufs Kippchen drücken. Please name the button. Subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf und bleibt wieder alle gesund. Wir sind ja nicht gesangt für mich. Wir sind wirklich groß. Euer Samtel, die die Minder-Interess-Rassel bei den Unterholen ist wieder alles an. Thank you. Bye. Good night. Bye bye.